Guten Tag, hier ist der Guzua wieder. Ich bin jetzt mal im zweiten Account, weil wir da einfach mega Spaß hatten. Lichtli hat ja so ein bisschen gestreamt, der alte Sack, und das war, ähm, kleinen Moment, ich war nicht direkt dabei, ich war zu Hause, deswegen muss es am Dienstagabend, glaube ich, gewesen sein. Da hat er gestreamt, und da haben alle mitgemacht. Ganz ehrlich, das war schon richtig krass. Aber wovon redet der Guzua? Erstens, ich kann wieder ganz normal Kommentare kommentieren. Denn, die haben mir ja am Montagnachmittag, was, nee, Montagvormittag, ja, ich glaube Montagvormittag, sagten die mir, hey yo, du hast von deinem Account gespammt, und deswegen machen wir dir den zu, du kannst jetzt nicht mehr über Google Plus was machen, für zwei Wochen. Ich dachte auch, Alter, komm bitte, schieb mal nicht so eine Attacke, ja. So, und ich dem geschrieben, ey, passt auf, ich habe halt einfach ganz andere Sachen zu tun, und so weiter und so fort. Und dann habe ich ja den anderen auch schon im Video und auch über Facebook gesagt, ey, hier, wenn was ist, dann schreibt denen mal, ey, ich kann mich gerade nicht melden, und so weiter und so fort. So, ähm, jetzt habe ich, äh, aber, hat sich das doch gegeben? Das heißt, die haben mir am Dienstag früh um 7 Uhr noch irgendwas, hatte ich dann auch auf Facebook gepostet, mit dem Bild dann direkt, also ich habe den Screenshot gemacht, ähm, dass es auch ein bisschen glaubwürdiger ist, weil sonst kann man ja erzählen, was man will und wie auch immer. Also das sollte dann schon soweit safe sein, dass ihr das halt seht, ey, hier war halt wirklich was mit Google. So, und das geht also wieder, also ich kann wieder ganz normal schreiben. So, und jetzt kommen wir aber zum CW. Okay, so, wir haben ja im Stream, hat Lichtle ja aufgemacht hier und gesagt, hier komm, hier, äh, jeder mit einer Trollbase kann rein und so weiter und so fort. So, und dann dachten wir auch, ja gut, okay, komm, ja, lass mal CW starten, komm, wir haben einfach mal Bock drauf und so weiter. So, und dann passierte Folgendes. Also ich dachte auch, wie bitte? Ich spende hier nochmal ganz kurz, weil ich der mit der Einzige bin, der irgendwie so halbwegs gute Truppen spenden kann. Und deswegen mache ich es natürlich logisch. Also es bringt ja nicht, wenn, wenn man irgendwie Dreier-Loons bekommt. Wenn ich mich dann eben hinsetze, okay, ich glaube, ich kriege dafür nicht mal irgendwelche EP-Punkte oder sowas, aber egal. Ich freue mich, dass der Clan dann gut läuft und dann ist das in Ordnung und dann passt das schon. So, zack, zumal LX habe ich eh genug. So, alter, immer noch. Okay, alter, sogar mit 50. Das heißt also, wir machen natürlich dann auch richtig, richtig Gas geben wir dann auch mit den Punkten halt, die wir dann hochgehen. Jetzt gucken wir bitte mal kurz in den letzten. Ja, ich mache es immer wieder falsch. So, ich gehe auf mein Clan, ich gehe auf, guck mal, mit dem ersten haben wir schon 200 Punkte gemacht. Kriegslog. So ein epischer Kack. Also ich meine ganz ehrlich, 100% ist schon directly in the face from the Gegner, würde ich sagen, ja. Also 100% ist schon mal mega nice. Also vielen Dank an alle anderen. Die waren, die Gegner waren sogar Clan Level 3 schon. Die haben keinen Stich gesehen. Aber, das wäre ja schon geil. Aber wir sind ja, also man hört ja immer wieder hier, naja, die deutschen YouTuber, die können es halt nicht so und man muss ja schon die englischen gucken und so weiter und so fort. Glaube ich schon. Aber ganz ehrlich, mit uns habt ihr auch jede Menge Fun. Und zwar ist das innerhalb von 28 Minuten passiert. Das heißt, innerhalb der ersten 28 Minuten hatten wir nicht, dass alle angegriffen hatten. Das hatten wir am Anfang nicht. Das heißt, wir hatten irgendwie, ich glaube, Oh, was hatten wir? Ich glaube, 40 Angriffe oder sowas. Also das ging richtig gut. Alle gleich gethrestart und dann war das Ding gegessen. Also das ging richtig schön los. Hier, einfach zu geil. Hier, also ich meine, gebt euch das bitte mal. Gebt euch das einfach mal. Ich meine, für die höheren Clans, die sagen dann auch, gut, okay, komm, das ist jetzt nicht so wirklich Hardcore. Und ich dachte ja auch, wir würden danach nochmal mindestens auch so eine Klatsche kriegen von den Gegnern. Aber die haben sich dann halt, die waren total demotiviert. Die haben dann nicht mehr angegriffen. Und die haben auch richtig übel verkackt. Also hier gucken wir mal kurz rein auf dem Townhall, äh, auf dem Townhall 9er. Jetzt muss ich aber mal gerade gucken, ich, der, der 14. greift den 2. an. Wo man sich auch sagt, äh, ja, okay, ist das jetzt so sinnvoll? Oder ist das vielleicht einfach nur Fail? Und bei dem war es, ah, genau. Hier, schön natürlich ganz dekadent der Drache. Macht natürlich auch richtig gut, äh, Spaß. Ich meine, ganz ehrlich, äh, wir haben hier, wir haben hier einfach mal einen Drache und nur Barbaren. Ich meine, läuft natürlich. Ganz klare Nummer. Und auch sonst, guckt mal, ich, ich würde gerne mal wirklich in die Verteidigung, oh, hier, hier wurde sogar mal ein Freestar ausgeteilt. Aber guckt mal, ich meine, es sind halt wirklich Trollbases. Ganz klare Geschichte. Aber ich würde jetzt gerne mal gucken, wie er die Loons ausgeschaltet hat. Ja, der eine Bogey reicht dafür natürlich nicht. Zack. Klar, logisch. Dann nach und nach. Schade, dass er die nicht alle, hätte er die nämlich schön alle auf einem Platz gedroppt, dann wäre das natürlich noch schön ausgegangen, dass die, äh, sogar noch die ganzen Bogeys gekillt hätten. Aber, okay. So. Dann. Na, äh. So. Jetzt, und jetzt natürlich, klar. Zack, Kanone weg und das war's. Da ist natürlich nichts mehr. Und in der CB, naja. Also das ist natürlich, brauchen wir ja nicht weitermachen. Aber so lief das dann ab. Und ich dachte auch, naja, gut, okay. Dann werden sie natürlich überall so angreifen, weil die Bases halt, haha, Lichtle wurde wieder gebumst. Ja, gucken wir mal, wie es bei ihm ausschaut. Und hier auch genau dasselbe Thema. Also halt wirklich zuerst mit den Bogeys alles platt gemacht und fertig. Und hier zum Beispiel. Da kam dann, würde ich, ja, guck mal hier, er konnte, er hatte keine Chance. Er ist sogar, er hat sogar ohne CB angegriffen. Also da muss man aber auch echt sagen, da waren die dann nicht ganz so helle. In der gesamten Situation. Klar, das war natürlich ein totaler Fail. Und jetzt gucken wir mal, einfach mal im Gegenzug. Also hier oben hab ich mich natürlich drum gekümmert. Hab ich mir gedacht, gut, okay, komm, lässt dich jetzt nicht lumpen. Und ist ja jetzt auch nicht wirklich schwer für mich gewesen. Also hier, guckt's euch an. Ich meine, zweimal eine Luftabwehr und dann kamen da ein paar Drachen und da ein paar Drachen und dann saß das Ding eigentlich. Ich hab hier, glaub ich, sogar ein Spellfehl gedroppt. Ich wollte da den King droppen, bin ich der Meinung. Und hab da sogar ein Spell gedroppt. Aber mal schauen. Also hier, ja, was kommt hier entgegen? Hier ist nichts. So, da ist der erste Rage. Und dann dachte ich mir halt auch, hier muss jetzt was passieren. Ganz klarer Nummer. Und ich glaub, im unteren Bereich hab ich auch nochmal den nächsten Rage gedroppt. Oder hab ich den sogar gelassen? Ja doch, genau, hier kam der noch. Auch leicht unnütz. Na doch, da gerade noch schön im Rage. Und dann war das Ding gegessen. War jetzt nicht wirklich hardcore. Und beim zweiten halt genau dasselbe Thema. Der war, glaub ich, sogar noch ein bisschen einfacher. Ich guck mal grad rein. Und ich saß einfach nur da und dachte mir, ach nee, genau, den hat Diziax noch gekillt. Das war auch ziemlich geil. Er ist Elfter im Clan. Und hat sich dann einfach mal gesagt, gut, okay, komm. Den machen wir jetzt mal gemeinschaftlich nuggisch. Und hier schön zuerst, ganz easy peasy, Luftabwehr weggehauen. Und dann sich mal gesagt, ganz dekadent, wir dürfen gerne mal per Luftangriff loslegen hier. Zack. Gucken wir mal, hat er die? Ja, die hat er gleich niedergerotzt. Und jetzt konnte er schon loslegen. Okay, hat er sogar noch, ist halt auf Nummer sicher, sicher gegangen und hat sich dann sogar noch hier die möglichen Luftabschießenden Truppen sozusagen auch noch hier außer Betrieb genommen. Ich dachte mir bloß dann, oh, schafft er das bloß, schafft er das bloß? Und weil die Lunes ja bei ihm auch nur auf 2 sind, die halten ja nicht wirklich viel aus. Aber guckt mal hier, schön den Heal gedroppt auch auf jeden Fall. Also, das passt aber, wie gesagt, die halten halt nicht viel aus. So, aber das lief hier auch ganz sportlich. Mit den Magiern hat er dann auf Level 1. Überlegt mal, wie lange die hier für eine Bauhütte brauchen. Richtig, richtig geil. Na, hätte er den King zum Beispiel schon mal ein bisschen höher, wäre natürlich auch ziemlich geil. Aber das passt schon. Und da hat er richtig schön rasiert. Und ich dachte halt echt, 28 Sekunden, wirklich alle schön angegriffen. Also nicht irgendwie, hätte ja sein können hier, oh, ich setze jetzt mal nur Kobis oder sowas. Nein, wirklich echt richtig, richtig geil. Und ich muss mal gerade gucken hier, was ich hier noch habe, dass ich hier eben noch spenden kann. Achso, der wollte einen Drache. The 200 klappt, der hat sogar einen Drache bekommen. Super, und dann hauen wir hier noch ein Dings rein. Und wie gesagt, da reiße ich mir keinen aus der Krone, dass ich jetzt sage, gut, okay, kommt. Ich spende euch hier mal und ich kriege nichts dafür oder sowas. Alles in Ordnung, macht doch einfach mal Spaß. Und dann müsste ich noch vier Stück, richtig, da zwei, da, nee, da drei. Okay, also drei, äh, fünf Stück brauche ich noch. Und dann kann ich nämlich schon mit meinem anderen Zeug wieder anfangen. Das heißt, also die fünf lasse ich mir. Und dann baue ich wieder schön meine, baue ich Drache? Ich gucke gleich mal, wen ich angreifen muss. Bin ich wieder als erster? Weil ich habe das gar nicht so mit beobachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hauptsache ich habe meine Spells, ganz klar. Ja genau, ich nehme erstmal einen Earthquake mit. Na, ich meine, obwohl, Earthquake und Blitz könnte man ja theoretisch machen. Aber, da, ich bleibe wirklich bei meiner Rage-Variante. Dass ich einfach wirklich sage, gut, okay, kommen, drei Rage und dann passt das. So, ich bin wieder erster. Gucken wir mal. Ich meine, einen Town Hall 9 anzugreifen, ist natürlich dann schon echt schwieriger. Weil wir haben einfach mal, äh, viel Luftabwehren. Da muss ich echt gucken, wie ich mich schlage. Zumal, dass, ich meine, hier, guckt mal, ihr seht selber. Das ist schon irgendwo noch Stand 8. Klar. Aber er hat halt einfach schon mal die Queen. Und, das ist dann nicht so toll. Da muss ich mal gucken, was ich da mache. Ich glaube aber fast, das ist nicht so clever, dann zu sagen, man greift mit Drachen an. Wir werden sehen. Das sehen wir mal. Ich, ich gucke mal, ob ich das noch mit reinnehme. Aber, dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid, wie es hier im Troll-CW-Clan ausschaut. Und, wie gesagt, war natürlich eine mega, mega Leistung hier im CW, einfach mal zu sagen, nach 28 Minuten komplett alles gestartet. Damit möchte ich euch verabschieden und möchte mich auch verabschieden von euch. Und, ihr haut mal rein und viel Spaß weiterhin bei Clash of Clans.